Und schon geht's weiter. Äh, ojeje, das kann man irgendwie... Das kann man motivieren hier. Also mal los. Ja, wollen wir weiter. Äh, und hier legen wir einfach eine Planke drauf. Und... Hier legen wir einfach eine Küste hin. So. Und in eine Planke. Aber so, dass das hält, jawoll. Und laufen einfach hoch. Ha! Großartig. Oh-oh. Aha! Wo gedacht, damit kriegt er mich. Ups! Das hättest du nie machen sollen. Da hast du keinen Bogen mit, mein Junge. Level up! Geht auf den Punkt. Ach hier. Ritte kann ein kleiner Vorhang... Das hab ich da aber schon. Ach, das geht noch weiter, der Text oder was? Ansturm. Gibt den Rübe auf den Rübe. Ja, das hab ich nicht. Ich hab' den Rübe noch zugeschlagen. Das hab' ich eigentlich bei dir nicht. Mich schült. Ansturm. Los. Kann ich das machen? Umschalttaste. Ah! Geil! Und der tritt ist dann weg. Ja, das ist doch perfekt. Hier drüben kann ich noch einer. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder tauchen. Gucken, was es hier unten so gibt in diesen Untieben. Hier gehts auch weit runter. Hallo? Hallo? Okay. Muss ich hier unten durch? Oh, hoffentlich. Hoffentlich kapiere ich jetzt. Aha! Ich hab hier unten durchgetaucht. Höp! Oh! Auch nie schlecht. Na, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Jetzt muss ich bloß noch wieder hier hochkommen. Äh, Kiste. Hm. Naja, steht nicht ganz optimal, aber können wir machen. Jedoch. Muss ich jetzt, äh... Ich kann doch bloß zwei Kisten machen, ne? Ja, okay. Also ich kann bloß zwei machen. Das heißt... Hm, hm. Mal ganz schnell überlegen hier. Man könnte auch in ne... Ne, mit ner Planke. Ich ne, ob die lang genug ist, wenn man die Kiste... hier oben dran hängt. Dann müsste die eigentlich da hoch. Da komm ich aber nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss eine Planke benutzen. Komm mal ein Stück weg. Hallo? So. So wird's gemacht. Ach, ich muss ja unten durch, da oben geht's gar nicht lang. So, und jetzt mal mit der Kollegen einfach hier rüberschwimmen. Genau. Das hab ich absolut beabsichtig. Warte geht's. Da fällt hier rein. Äh! Ich greife mich an. Ich hab gedacht, das geht zum Ambient. Ja, auf'n Sack. Können wir schon mal runterholen. Gehen wir's mal hier runter und gucken, was hier passiert ist. Ah! Das ist passiert, okay. Wow! Oh! 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 Das ist passiert. Einwand frei. So wirds gemacht. Guti! Ach, da drüben. Ne, ne das ist ne Kerze. Ah das sind irgendwelche Kerzen. Da haben wir irgendwelche Steine. Und... Ganz hier drüben haben wir da... Nein! Oh, sage mal! Runter her, runter, 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 runter. Kann ich wissen, dass das alles abfliegt, oder? Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ah, warte mal, ich habe da vorne... Moment. Komm mal her. Jetzt blicken wir noch nach dem Bild. Nimm den da mit, hör den Kollegen. Das ist schon die perfekte Idee. Hallo! Was hier drin ist? Ein magischer Energiekristall. Erhöht die Wirkung... Ist das jetzt angeschaltet? Ja, wenn das so leuchtet... Ist das so angeschaltet? Oh, oh, halt! Aha! Moment, ich kann das... Ah, ich kann das austauschen. Minder den Schaden von Beinwunden. Warte mal, der kämpft eigentlich. So. Das ist... Oh, Energie, das ist gut. Und da hat Energie, okay. Zusammen mit der Energiefiode auch okay. Schädigt einfache Schwerter oder Pfeile. Ach, so funktioniert das. Das hier jetzt... Ah, jetzt sind die Pfeile grün, kann das sein? Oder ist das hier der Ambient, der die grünen macht? Guck mal einfach mal. Dann schwimmen wir unten durch, ob wir jetzt mal die Seeminen hier erwischen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwo berühren darf oder nicht. Da hab ich schon was gehört. Nee. Jawoll. Guuuude. Ach, jetzt sind wieder diese Fackelkollegen unterwegs. Der Sniper hat mal den raus. Warte mal. Warte mal. Ah! Verdammt. Ja, das immer. Ah! Machen wir's ganz klassisch hier. Ist doch gerade schon wieder einer oben gespawnt, ich hab's ja gehört. Na komm, hoch mit dir. Sag immer. Hallo? Kann ich nicht mehr. Ich bin gefangen. Da komm ich nicht mehr raus. Wie komm ich denn hier raus? Jetzt. Schafft das der Ritter nicht oder was? Ja. Jawoll. So. Uiuiui. Wie kann ich denn hier drüber? Ja. Kann ich das einfach. Ja. Na auch ein Stück. Ja. Ganz langsam jetzt. Ja. 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 Ja, die Viola und das Geschenk haben wir rum. Ja. Oh, wir schaffen. Äh? Neh. Das ist jetzt gar nicht gut. Verdammt! Da sind doch nur noch Planker? Oh Junge! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Komm ich hier unten durch? Ach ich komm hier unten durch! Oh Gott sei Dank! Ich dachte schon das war's jetzt da! Na dann... Hopp! Jawoll! Ein werden frei! Oh! 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 Tschüssi.